Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, heute ist ein wichtiger Tag für unsere Stadt. Es geht darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir, die CDU, als stärkste kommunalpolitische Kraft wieder den Oberbürgermeister stellen können. Als jemand, der in Leverkusen aufgewachsen ist, zur Schule gegangen und auch hier beruflich verwurzelt ist, liegt mir unsere Stadt natürlich besonders am Herzen. Deshalb möchte ich mich dafür einsetzen, dass Leverkusen eine selbstständige Zukunft hat. Was das Amt des Oberbürgermeisters betrifft, bin ich der Meinung, dass eigene, persönlich gemachte Erfahrungen auf dem Gebiet der Politik, namentlich im Wahlkampf als Kandidat, als Mandatsträger und als Fraktionsmitglied für das Amt des Oberbürgermeisters, genauso wichtig sind wie Fähigkeiten auf dem Gebiet der Verwaltung. Diese Erfahrungen auf den Gebieten der Politik, der Verwaltung und als Rechtsanwalt in Leverkusen habe ich gemacht und die Fähigkeiten hierfür ganz bewusst angestrebt und erworben. Mitglied der CDU Leverkusen bin ich seit 1982, habe seitdem für unsere Partei verschiedene Ämter und Mandate ausgeübt, aktuell als Vorstandsmitglied der Leverkusener CDU, Ortsverbandsvorsitzender in Rheindorf, Ratsherr und Bezirksvertreter. Meine Damen und Herren, Sie alle fühlen sicher auch, dass etwas geschehen muss, um die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt sicherzustellen. Oder wie als Bundespräsident Hubert Herzog mal gesagt hat, es muss ein Ruck durch unsere Stadt gehen und wir könnten heute die ersten Beweger sein. Dies sehe ich in den kommenden sechs Jahren als zentrale Herausforderung an. Als Wirtschaftsministerin Christa Thoben vor kurzem hier in Leverkusen auf unserem Jahresempfang sprach, zitierte sie den durch Terroristen ermordeten Sprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen mit den Worten »Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar«. Ich glaube an die Richtigkeit dieses Satzes. Für uns bedeutet dies, dass wir die tatsächliche Situation unserer Stadt deutlich ansprechen müssen. In diesem Sinne sehe ich mich als Kandidat auch unbequemer Wahrheiten. Weil die Wahrheit aber bekanntlich immer konkret ist, lässt sich eine Bestandsaufnahme am besten durch konkrete Zahlen ausdrücken. Erlauben Sie mir deshalb in aller Kürze einige wenige Zahlen zu nennen. Die Verbindlichkeiten unserer Stadt betragen ausweislich der Eröffnungsbilanz in diesem Jahr aktuell 433 Millionen Euro. Hinzu kommen Pensionsrückstellungen, die im Ergebnis ebenfalls nichts anderes als Verbindlichkeiten sind. Weitere 220 Millionen Euro, zusammen also 650 Millionen Euro Verbindlichkeiten per annum dieses Jahr. Dabei hat die Stadt ihre Verbindlichkeiten während der Amtszeit von Oberbürgermeister Ernst Küchler ganz wesentlich erhöht. Dies, obwohl die Entwicklung unserer Stadt in seiner Amtszeit teilweise schon ganz erhebliche negative Züge auflöst. Beispielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Auflösung des Polizeipräsidiums Leverkusen, die Schließung der seit 1903 in Leverkusen betriebenen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, sowie die Verlegung des Firmensitzes eines der beiden Leverkusener DAX-Unternehmen, der Firma Lanxess. Dass wir zukünftig die einzige Stadt Deutschlands ohne ein eigenes Rathaus sein werden, das haben wir alle in den Zeitungen lesen können, genauso wie darüber, dass Leverkusen die einzige deutsche Großstadt ohne ICE oder Intercity Bahnhof ist. Ich möchte Ihnen deshalb an dieser Stelle eine Wahlkampfanzeige in Erinnerung rufen, die die SPD im Wahlkampf 2004, damals war noch Paul Hebbel, unser Oberbürgermeister, geschaltet hat. Ich habe sie hier mal mitgebracht. Unter der Überschrift, Chef, da stimmt was nicht, hieß es dort unter anderem, und ich zitiere jetzt wörtlich, jeder weiß, Leverkusen lebt mit seinem Werk. Wenn es dort mal nicht so läuft, muss man zusammenrücken. Aber was macht das Rathaus? Nichts. Es erfährt aus der Zeitung, wenn Arbeitsplätze an Leverkusen vorbei wandern. Da stimmt die Chemie nicht mehr. Entziehen Sie Hebbel den Rathausschlüssel und das Werk wird wieder Chefsache. Liebe Freundinnen und Freunde, wer solche Maßstäbe an andere anlegt, wie das die SPD damals getan hat, muss sich jetzt am Ende seiner Amtszeit auch an diesen messen lassen. Und wie sehr das Werk seitdem zur Chefsache von Ernst Küchler geworden ist, haben wir erst kürzlich gesehen, als die Firma Lakseski mitgeteilt hat, ja, nur noch mitgeteilt hat, dass der Firmensitz von Leverkusen nach Köln wegverlegt wird. Meine Damen und Herren, Ernst Küchler und die SPD drehen sich im Kreis. Es gibt mehr Rückschritte als Fortschritt. Das Bad wird zwar jetzt gebaut, aber wegen endloser Verzögerung zu einem unnötig hohen Preis. Das Rathaus, wie wir jetzt wissen, 700.000 Euro Miete im Jahr für Oberbürgermeister, Rat und Bezirke und ein Bürgerbüro. Der Rest muss draußen bleiben. Am schlimmsten aber ist, dass die mittelfristige Finanzplanung des sozialdemokratischen Kämmerers auch für die kommenden Jahre keinen ausgeglichenen Haushalt überhaupt mehr vorsieht. Allein für das kommende Jahr 2009, und da komme ich zur letzten Zahl, plant die Verwaltung einen Verlust von 87,6 Millionen Euro. Ich habe das mal nachgerechnet, die allerletzte Zahl, das sind 240.000 Euro, die jeden Tag mehr in Leverkusen ausgegeben werden, als eingenommen werden. Und da, das kann wohl jeder sehen, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Was wir jedes Jahr bei den Haushaltsberatungen machen, ist nichts anderes als immer wieder Hilfeschreie in Richtung Landesregierung und Bezirksregierung abzugeben. Und ich kann nur sagen, wenn wir so weitermachen, ist es absehbar, dass man früher oder später zur Hilfe kommen wird. Was das bedeutet, dürfte jedem klar sein. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Fortbestand als eigenständige Großstadt. Und hierzu sage ich als jemand, der in Leverkusen aufgewachsen und zur Schule gegangen ist und der ganz bewusst in Leverkusen und nicht etwa in Düsseldorf oder in Köln lebt, Ich möchte nicht, dass wir, dass unsere Bürger, demnächst fremde Nummernschilder auf ihre Autos schrauben müssen, die auch keine Kölner Nummernschilder haben. Deshalb muss es für uns in den nächsten Jahren vordringlich darum gehen, das finanzielle Selbstbestimmungsrecht, das wir durch defizitäre Haushalte bereits seit Jahren abgegeben haben, wieder zurückzuerlangen. Hierfür gibt es nur einen einzigen Weg. Wir müssen den Nothaushalt schnellstmöglich verlassen, um uns damit wieder notwendige Handlungsspielräume zu eröffnen. Denn solange wir im Nothaushalt sind, fehlen uns jegliche Handlungsspielräume. Hierzu vier kleine Beispiele. Selbst wenn wir es wollten, wir dürften die Gewerbesteuer gar nicht senken. Selbst wenn wir es wollten, die Grundsteuer, wir dürften sie gar nicht denken. Selbst wenn wir es wollten, die Kindergartenbeiträge, wir dürften sie gar nicht senken. Noch nicht mal eine Brötchentaste, das heißt 15 Minuten frei parken, dürfen wir hier noch beschließen, weil das mehr als 6.000 Euro sind. Wir haben die Schlüssel quasi bei der Bezirksregierung für unser Rathaus abgegeben. Und deshalb ist es mein Ziel, innerhalb der nächsten sechs Jahre, und das ist die Amtszeit des nächsten Oberbürgermeisters, aus dem Nothaushalt herauszukommen und damit unser Selbstbestimmungsrecht sowie die Zukunftsfähigkeit Leverkusens wiederherzustellen. So wie dies in den von Christdemokraten geführten Nachbarstädten Düsseldorf und Langefeld der Fall ist, die nicht nur längst ausgeglichene Haushalte haben, übrigens Düsseldorf im achten Jahr hintereinander jetzt, sondern sogar bereits schuldenfrei sind. Und ich versichere Ihnen, dass ich gerne bereit bin, geistige Anleihen auch in Düsseldorf oder in Langefeld zu nehmen, die eben gezeigt haben, dass es geht und auch wie es geht. Ich bin davon überzeugt, dass es mir als Oberbürgermeister gelingen kann, die Herausforderungen, die auf unsere Stadt zukommen, zu bewältigen. Dabei sehe ich mich keineswegs als Chefbürokrat, sondern eher als Anwalt unserer Stadt und unserer Bürger. Und einen Chefbürokraten brauchen wir auch nicht, denn wir haben eine aus Beamten und Verwaltungsangestellten bestehende, hochqualifizierte Verwaltung, die sich manch größere Stadt so wünschen würde. Ich sehe meine Aufgabe als Oberbürgermeister in erster Linie darin, unsere Verwaltung zu koordinieren und unsere kompetenten Mitarbeiter im Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen zu motivieren. Dabei ist es mein Wunsch, dem Bau- und Wirtschaftsdezernenten auch die Verantwortung für unsere Liegenschaften zu übertragen. Denn eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik, die zu Neuansiedlungen von dringend benötigten, zukunftsgerichteten Gewerbeansiedlungen führt, kann nach meiner Überzeugung am besten dann gelingen, wenn die Bereiche Wirtschaftsförderung, Bauern und Liegenschaften in einer Hand liegen. Auf diesen Politikfeldern ist es mein Ziel, den Schemmpark durch engen Kontakt und Zusammenarbeit mit der Bayer AG zu stärken und die Chancen, die das ehemalige Gelände der Firma Wuppermann bietet, durch zukunftsträchtige Gewerbeansiedlungen zu nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020